Willkommen zum nächsten Funny Game Spiel. Es heißt Santa Run 2. Ich weiß nicht, was die darunter verstehen. Ich spiele einfach mal Play. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht das Richtige ist. Ich gucke einfach mal. Play. Okay, Run mit A und D. Das ist, glaube ich, so ein Abklatsch von Mario. Aua. Manno. Werden die mir auch nicht sagen, wie man springt auch so. Okay, ich glaube, das ist falsch. Vielleicht muss ich auch nach hinten. Ah. Das ist so eine andersrume Version von Mario. Oh, ist aber geil gemacht. Muss man sagen. Loll. Nein. Der schlägt dir jetzt höher. Dann geh ich da lang, du fette Stück Scheiße. Juch, Alter. Was geht hier ab, Alter? Immer so ein... Wow. Loll. Weil ich immer gehör kam, ist ja mies. Junge, ist das schwer. Das ist schwerer als Mario, ey. Vor allem mit dem Computer, ey. Hey, die geht's ja schnell. Zeitangabe. What? Zeitangabe. Checkpoint. Boah. Junge. Das war knapp. Ich sehe nicht, wie Tiny Wings habe ich das Gefühl. Okay, und das ist das? Nee, 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 okay. Ich probiere es einfach nochmal. Ah, auf falsche Richtung. Ah. Ganz abkürzungen nehmen. Ja, ja, das ist klar. Nice. Okay, nächstes Level. Oh, meine Hand ist eingefroren. Okay, das ist dumm. Hey, wer soll das? Loll. Oh, Juhu. Nice. Geh, zweites Level geschafft. Okay, ich glaube, hier gibt es auch so eine Art Score. Okay, da kann ich erstmal nicht durch. Dann renne ich da dann. What? Oh, das wird immer schneller. Ich glaube, ich gehe oben lang. Ich hoffe, ich kann. Loll. Oh, oh, nicht. Ich gehe unten lang. Au. Okay. Wieso wird das denn auf einmal so schnell? Leider, Stoppsignal hat mich... Richtig mies. Was war das denn? Tryhalla. Äh, okay. Das ist jetzt ein Indie-Game, was ich nicht so schön finde. Ich glaube, dann gibt es jetzt im Anschluss noch ein anderes, was ich mal ausprobieren wollte. Bis gleich. Okay, es hat sich jetzt etwas ergeben, weshalb ich doch nicht das andere dran tue. Weil ich habe jetzt in einem bestimmten Fensterradius aufgenommen. Und ich kann deswegen jetzt den Radius vom Fenster nicht ändern. Und deswegen werde ich dann jetzt wahrscheinlich einen Cut machen. Und entweder das hier dran hängen oder auch nicht. Dann wird das hier halt eine ziemlich kurze Aufnahme. Und dann lade ich zwei hoch. Also, dann bis zum nächsten Mal.